Und das ist ein schlechter Prank, Digga. Aber im ersten Moment, ich habe wirklich gedacht, ich hatte Angst um mein Leben. Also ernsthaft, Chat. Ich hatte wirklich sehr, sehr Angst um mein Leben. Das haben wir schon gesehen. Cody erschreckt Rohrath. Was ist das? Wir müssen alle reconnecten wegen dir, Digga. Wir müssen alle RP. Das lassen wir lieber, bevor irgendwelche Leute kommen. Okay. Montefurz ins Mike, respektlos. Jumpscare des Todes. Einbrecher. Der beste. Ey, Digga. Der Clip ist so crazy, Chat. Der Clip hier. 17 Meter, Chat. Guck mal. 17 Meter Shot mit dem Fuß auf Ansage jetzt. Guck mal. Digga. Ja. Oh shit. Oh shit. Digga, wie er läuft. Hä? Ich finde das so krank. Wirklich. Digga, wie er den gehittet hat mit Ansage auch noch. Ist geistesgestört. Wirklich. Ist wirklich geistesgestört. Nele und Marvin mit 15,80 Euro. Danke, danke, danke für deine Donation. Rene. Vor. Mit 4,20. Mit 4,20 Euro. Bruderherz, mach dir die nächsten Tage einen ruhigen. Hast krank durchgezogen. Respekt an dich. Ich danke dir für deine 4,20 Euro. An immer danke auch für deine 4 Euro. Ich küsse eure Herzen. Danke, danke, danke. Also wie der diesen Shot getroffen hat, ist geiles krank. Ja, Digga. Ey, ich muss nah an. Mein Maik, wenn ich FP spiele. Respektlos. Und da meinte der Vater so. Du Hundesohn, Digga. So ein respektloser Digga bei dieser Story. Wie ich mich erschrocken habe. Er hat einfach 10 Minuten eine Geschichte erzählt. Wer bist du eigentlich? Und da meinte der Vater so. Der Teufel! Oh, du Hundesohn, Digga. Digga, bodenloser Digga. So ein bodenloser Chat. Mach mal schneller. Was soll er schneller machen? Ah! Ah! Du mach mal Hatsuk raus. Würdest du nochmal 3 Tage streamen niemals? Hatsuk raus, Hatsuk raus, Hatsuk raus. Hatsuk raus! Hatsuk raus! Hatsuk raus! Hatsuk raus! Boah, ich will nicht wissen, was er für Probleme hatte danach. Guck mal, wie er es isst. Guck mal, wie er schwitzt. Seine Stirn ist, Hatsuk raus. Wie er direkt nicht am schwitzen. Ah! Hatsuk raus! Ist raus! Ah! Was hast du gemacht? Ich hab nicht... Crazy. Ey, was soll ich machen jetzt? Was soll ich machen? Milch ist anders, Bruder. Milch ist anders, Bruder, Milch. Götterlärmene, Manni. Boah. Ja, ja, Milch. Was? Wechsel? Das war auch so lustig, als er hier war. Warte, wenn gleich Milch weg ist, wie nochmal brechen. Chill, Bruder. Er denkt jetzt so, ja, Mann, ist gut, jetzt schluck da runter. Na ja, dann ist es vorbei. Wir schlagen, dass ihr beide nicht... Also, wollen wir zusammen in eine Bar gehen? Was sagst du? Na, das können wir machen. Ja. Ja, komm, dann gehen wir. Ey, nein. Bis dann, Bruder. Digga. Bitte bleib. Viel Spaß mit Mary. Ey, bitte bleib. Alles gut, du kannst mehr im Lachen. Ey, party. Sägen, Dicker. Wir schlagen, dass ihr beide nicht... Also, wollen wir zusammen in eine Bar gehen? Was sagst du? Na, das können wir machen. Ja. Ja, komm, dann gehen wir. Ey, nein, bitte bleib. Bis dann, Bruder, jetzt. Bitte bleib. Viel Spaß mit Mary. Ey, bitte bleib. Viel Spaß mit Mary. Alles gut, du kannst mehr im Lachen. Ey, fuck. Bitte bleib. Bitte. Sägen, Dicker. Ich bin ein Misty-Kiem. Fuck, bitte. Wenn ich das nicht darf. Vielen Dank. Dicke. Einfach so weggefahren. Ach, wo? Mach ich. Guck mal, Abo, guck mal, wie Abo übertreibt. Guck mal, es ist gleich 30 Mal. Das war aus Versehen. Das war aus Versehen. Mach zu, mach zu, mach zu. Ja, Karma, Digga. Mach zu. Karma. Karma. Da war Bini, da war ich auch. Da war Bini, Sau. Wir haben beide gefickt. Geben wir mal so eine Pille. Wo ist mein Getränk? Geh mal her, ich mach das. Ich kenn mich aus mit dem, Bro. Die nehmen mich safe mit nach Hause. Ada-Clip war auch so funny, Digga. Ey. Hat jemand den Ada-Clip? Chat? Hat jemand den Ada-Clip? Ich lache da jedes Mal, wenn ich den sehe. Vor allen Dingen, dieser Sound. Da war Katzenfutter drinne, da war ein Ei drinne, und 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 da war ein Ei drinne. Ja, ich fahre jetzt los, der soll den Trinken, da fahre ich los. Was macht er denn, der Cousin, ja? Cousin, komm doch mal. Ich höre, Digga, und da war ein Katzenfutter drinne, ich hab diese Katzenfutter. Ich höre jetzt auf. Ganz, ganz schlimm. Bruder! Scheiss, ich hab meine Katze. Ich höre jetzt... Bruder, die Katze. Hör mal zu, hör mal kurz zu, Mann. Die Sache ist, dass ich hab meine Katze, muss ich mal Futter rein machen müssen. Und dann muss ich... So? Aber Katzen... Boah, Alter. Da war ein Ei drin. Und da war ein Ei. Und da war Schaf. Los. Ja, warte. Ja, ich fahre jetzt los. Er soll trinken, da fahre ich los. Jalla, komm. Kuseng, Mann, was macht er denn, der Kuseng, ja? Kuseng, komm doch mal. Ich höre. Ich höre. Was soll das hier? Digger, und da war Katzenfutter drin. Ich habe diese Katzenfutter... Was macht das für Geräusche? Ich wessel. Bruder. Die Sache ist, ich habe eine Katze. Die Sache ist, ich habe eine Katze. Bruder, die... Hör mal zu. Hör mal zu, Mann. Die Sache ist, ich habe eine Katze, muss ich immer Futter reinmachen, wirst du? Und dann muss ich auch eine Katze. Der erste ist so gut. Und da war Schaf. Ich verstehe das nicht. Und da war Schaf. Ja, ich verstehe nicht, wie man da so dingsen kann, ja? Ich verstehe nicht, wie man da überhaupt, wie man da würgen kann, wenn wir das nur erklären. Und da war Katzenfutter drin, da war ein Ei drin, und da war ein Ei drin, und da war ein Ei drin, und da war Schaf. Ja, ich fahre jetzt los, er sollt trinken, da fahre ich los. Jalla, komm. Mann, Bruder, was macht er denn, der Kuseng, ja? Ey. Kuseng, komm doch mal. Ich höre, Digga, und da war Katzenfutter drin, ich habe diese Katzenfutter... Ganz, ganz schlimm. Bruder, Bruder, Bruder. Die Sache ist, ich habe eine Katze, ey. Die Sache ist... Bruder, die Sache ist... Na, Bruder, steht der. Na, Bruder, steht der. Na, Bruder, steht der. Digga. Sitzt der, oder steht der, aber auch. Digga. Wie kann man da so, wie kann man da so stehen? Boah. Boah. Abo lacht Breitenberg böse aus. Erstmal warten, bis das Ding, wenn man halt den Dings ist, wenn man Breitenberg verkackt wird. So, bis wieviel, bis wieviel darf ich machen, also bis... Guck, hör zu, hör mir erst mal zu, Breitenberg. Die ersten drei darf man nicht, ne? Nein. Aber, warte, 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 Breitenberg, ja, der muss das nehmen. Das ist die erste drei. Das ist die erste drei, du Polli. Das ist die erste drei, du Polli. Ich habe sonst wegen mit ihm geredet und habe mir erst mal zu, dass ich ein bisschen teig bin. Ich hab dir noch gut Zeit. Puh, Digga, wie kacke. Breitenberg auch so scheiße. Toilette. Was ist das für ein Clip? Ja, das findet der Chat los, der geht. Digga, Rohr, du bist auch... Digga, Rohr, du bist auch Toilette, Digga. Boah, du bist auch Toilette, du bist nicht mute, Junge. Scheiße. Hey, man hat mich gar nicht gehört. Man hat ihn gar nicht gehört, Junge. Daniel, wie heißt du, wie heißt du, wie heißt du? Marian. Marian? Boah, was ein schöner Name. Wo kommt der? Weiß ich nicht. Das war so bodenlos, Digga. Achso, ich bin auch gar nicht. Echt? Ja. Krass. Ich hätte auch so mehr so Iran oder so getippt, so in die Richtung. Ja, geht ja in die Richtung. Perserin so auf den. Ja. Sorry, bevor wir... Kannst du mir was zu trinken holen? Ja, natürlich, ich hatte keine Zeit. Digga, Bodenlos. Sass, was ist das? Hör dir das an? Party, Party. Was ist das gewesen für ein Clip? Okay. Nein. Nicht schon wieder. Okay. Ähm. Ich mach das zusammen. Wir sind uns doch nicht genau... Wie bist du, wenn man so quälen schreit? Es ist nämlich, wir sind uns doch nicht zu 100% sicher, wir müssen... Was? Was ist passiert? Ihr Bastarde, Digga. Mal hauen, halt die Fresse durch seinen Kopf! Digga, ich hab mich so erschrocken, ihr Wichser, Alter. Bodenlose Konfetti, Digga. Ich glaub, da war das erste Mal in diesem Konfetti-Kack. Hahaha, was ist das? Ey, der hat doch noch ein verfolgendes Ei geschickt! Echt? Ja! Ey, der... Ich weiß das nicht weh, ich kotze! Schmeiß das weg! Ich kotze! Boah, ey, Jungs, das ist geil! Ey, 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 ey! Das ist ganz schlimm! Ey, ich schwöre, das ist grad gar nicht lustig! Das ist ganz schlimm! Das ist grad gar nicht lustig, ehrlich! Boah, ich mach... Boah, nimm die Scheiße! Was ist das? Ey, die, der hat ein bisschen... Das war so bodenlos, Chat, immer noch, sag ich. Das war wirklich so eine bodenlose Scheiße. Wirklich bodenlose Scheiße, einfach. Ey! N! Erich! Mit 10,48 Euro, danke dir für deine 10,50 Euro Donation. Selina mit 10 Euro, ich küsse dein... Äh, danke für 10 Euro. Und DJ O, danke dir auch für deine 10 Euro. Danke, 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 danke. W, Friseur. Jetzt? Was ist da mit meiner Frisur los? Äh... Gemmo Herz. Was ist das? Was ist das? Schau dich ab, Baby. Tschüss! Dann bitte sag ja, bitte sag ja. Tschüss! Hallo, ja, 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 ich... Mann, die Schlampe ist eh hässlich, Mann. Und außerdem steh ich nicht auf 37, Mann. Die ist hässlich, Mann. Scheiß auf die Bitch, Mann, Alter. Bei der war schon jeder drin, Mann. Jo, weißt du noch, letztens... Weißt du noch, die letzten... Am Würfelpackt, eine Typ. Ja? Dieser eine, Mann, du weißt, wie ich meine, Mann, der mit den roten Hand... Ja, Umi, ja, 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 ja. Der mit der kurzen Hose, Mann, verdammte Scheiße, du weißt, wen ich meine, der mit den Nike schon. Der mit den Nike schon. Ja, der mit den Nike schon. Ja, der mit den Nike schon. Ja, was mit dem? Der hat deine Mutter gefickt. Ja. Ich hab grad alles mit mir erlebt, ja. Alles möglich. Hat er einen Tüter auf den Kopf, das kennst normalerweise auch nicht. Okay, Abo kann nichts mehr hören. Was hat er da gemacht? Digga, einfach Headset aufgedingst. 15, 16, 16, 17, 8... Chat, es sind noch drei Stunden, ne? Chat, es sind nur noch drei Stunden. Es sind nur noch drei Stunden, mein Damen und Herren. Alter! Was ist jetzt mit Breitenberg und Abu? Nur noch drei Stunden, meine Damen und Herren. Kommst du? Ich hab dich nicht vergessen und ich hab nicht den Stream gestartet. Ja, okay, komm. Aber komm jetzt! Ich hab gar nicht den Stream gestartet, Bruder. Ich hab nicht den Stream gestartet. Ich hab nicht den Stream gestartet. Komm ich jetzt nicht! Bis wann muss ich da sein? Bis wann muss ich da sein? Bruder, ich bin doch um 18 Uhr schon online. Äh, offline. Du bist 18 Uhr schon offline? Ja. Aber es ist 15 Uhr anders. Dann wär ich 16 und da, der ja. Ja, okay. Ich beeil mich. Willst du irgendwas mitbringen? Nee. Okay, bis gleich. Beide. Und was ist mit Abo? Kannst mir erzählen, was du willst. Abo ist niemals Dings. Ich ruf mal kurz Wadi, Tim, Mann. Der Top-Supporter vom Stream-Chat. Hallo? Ey, yo, Wadi, man hör dich im Stream, ne? Ja, wie geht's? Amnuller, sehr gut. Wie geht's dir? Auch gut, danke. Ja, Bibi, ich wollte dir danken für die Top-Spende im Stream. Wir sind ja so in drei Stunden ungefähr offline. Ey, Quatsch, alles gut. Du tust ja für gute Zwecke. Mhm. Und größten Respekt, 30 Tage vor der Kamera zu ziehen. Viel Geld kostet das Projekt vermutlich, ne? Wirklich Respekt an dich und es ist eine Kleinigkeit. Weißt du, was ich meine? Deswegen danke dir. Also, Chat, ähm, check den Bro ab. Danke dir für deine fucking, äh, 6.000 Euro. Damit warst du Top-Spende. Was Geisteskrank. Ich hätte niemals gehört, was jemand 6.000 Euro spendet. Was wirklich insane, insane, insane ist. Ähm, yes. Liebe von, ich würde Dankeschön sagen von mir und Dankeschön sagen von meinem Chat, äh, dass du das Ding hier so supportet hast, Bro. Easy. Danke dir. Und danke für deinen Anruf, weiß ich sehr zu schätzen. Okay, Bro. Wir hören uns, ja. Wir hören uns. Ciao. Wow. Wirklich crazy. Ruf Miki an. Ja, ja, machen wir auch noch. Aber ich habe das Gefühl, Miki ist noch nicht wach. Das ist das Ding. Ich habe das Gefühl, ja. And I wonder. Na, na, na. Na, na. Äh. Äh. Chat. Das werden die letzten Spenden sein, die reinkommen. Man nimmt die Box leer. Das werden die letzten Spenden hier sein, die reinkommen, meine lieben Damen und Herren. Ich will die letzten, letzten Stunden, Minuten noch damit verbringen, so viele Spenden wie möglich zu sammeln. Was sehr, sehr crazy ist. Wir haben fast, äh, 56... ...sauberes Wasser. So Brunnen und so. Ja, ja. 100%. Und so Schulen sind auch immer cool. Mhm. Chat. Gerne auch andere Influencer, Streamer oder sonstiges kontaktieren, dass sie eine Spende rausholen sollen. Sag ich. Ja, 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 ja. Meine lieben Damen und Herren, 56.000, alles mal zwei, jetzt, yalla, 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 tippen. Alles mal zwei, meine lieben Freunde, wirklich alles mal zwei. Ähm, äh, äh, Krissi mit, äh, äh, auch mit, äh, 10 Euro, Grüße aus Itzehoe an die... ...Dishis. Was ist Dishis? Weiß nicht, worum du redest. Ähm, äh, Krissi, danke dir. Danke, 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 danke. Alles mal zwei, Leute, los, tippen, tippen, oh, 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 ah, 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 Grizzi, mit 50 Euro, Kuss geht raus, äh, an alle, die, da, 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 danke dir, Bro, Laurin, danke dir für deine zwei Euro, ich kann nicht alles vorlesen. Alles mal zwei, meine lieben Freunde, alles mal zwei, oh, oh, keine neue Schwende gekommen. Fast 60k und dadurch wurden so viele Menschen geholfen und so viel ermöglicht, Kuss an euch, Roat, an alle Gäste, plus natürlich an die ganzen Team dahinter, Kuss an die Community. Ey, Jungs, alles mal zwei, alles mal zwei! Dario mit drei Euro, anonym mit sechs Euro, 43, danke dir für deine sechs Euro, 43, anonyme Spenden, so ein Ehre, Mann, danke dir, Wagner, danke dir für deine zehn Euro, mein Bruder. Pinguin mit einem Euro, inshallah, 60k heute, danke nochmal für den 30-Tage-Lach-Kick. Ich küsse dein Herz. Ey, Jungs, alles mal zwei, yalla jetzt! Pippen! Glaubst du, ich würde auf TikTok durchgehen? Ja, ja. Danke, Bro. Let's go, let's go. Letzte Spende von Bangla, äh, zehn Euro. Ich will nicht, dass eine Spende, die letzte Spende länger als eine Minute ist. Ich will jetzt hier die ganze Zeit Spenden haben, meine lieben Damen und Herren. Das ist für was Wichtiges, für was Wichtiges, meine lieben Damen und Herren. Alles mal zwei! Alles mal zwei, meine lieben Freunde, alles mal zwei, alles mal zwei. Bruder, er ist immer noch live, Digga. Geht mal in seinen Chat. So, 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 mal fünf. Mal, äh, mal drei sind wir, mal drei. Oh! 56.217 Euro, meine lieben Damen und Herren. Meine lieben... Grafo mit 15 Euro! Ey, Jungs, tippen! Tippen, 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 tippen. Danke für deine 15 Euro. Auch mit 50 Euro, mein Bruder! Stark. Mein Bruder! 50 Euro, Christian und Oliver, beide mit 50 Euro. Ich küsse euer Herzen, noch 130 Euro. Und, meine lieben Freunde, noch 130 Euro, meine lieben Freunde. Und, ähm, wir haben... Wir haben sehr viel erreicht, meine lieben Freunde. Wir haben wirklich sehr viel erreicht. Wir haben so viel erreicht. Anonym mit 2 Euro, Schalke steigt ab. Lalalala. Ich danke dir, Bro. Biggie mit 4,20 Euro. 4,20 Euro. Partstream mit 5 Euro, sei dir gegönnt. Ich küsse dein Herz, danke dir. Mona Lisa, komm, danke dir für deine 10 Euro. Kuss! Ey, Jungs, noch 120 Euro und wir sind bei mal drei. 130 Euro und wir sind bei mal drei. Dieser Stream geht nur noch drei Stunden, meine lieben Freunde. Das ist die letzte Möglichkeit, Geld zu spenden. Guck mal, die Leute, die machen es richtig. Die, die spenden 4,20 Euro. Ein Anonymer mit 4,20 Euro. Biggie mit 4,20 Euro. Küsse dein Herz. Alle 4,20 Euro rein. Alle 4,20 Euro rein. Jannis mit einem Euro. Gute Aktion. Gute Aktion von dir, mein Bruder. Ihr seid diejenigen, die die gute Aktion machen, Chat. Nicht ich. Ihr spendet am Ende des Tages das Geld. Wirklich. Liebe und Herzen in den Chat. Panda mit 10 Euro. Leider nicht so viele starke Aktionen, Bruder. Ich bin stolz auf dich. Und an alle, die dabei waren. Ey, ich küsse dein Herz, Panda. Das ist sehr viel Geld. Das sind 10 Euro, mein Bruder. Das sind 10 Euro, mein Bruder. Das sind 10 Euro. Das ist sehr viel Geld. Eine Nummer 2 Euro. Fabian mit 5 Euro. Justin mit 1 Euro. Julius auch mit 4,20 Euro. Jannis, danke dir für deinen Euro. Gute Aktion. Ich küsse doch dein Herz. 25 Euro von Alex. Danke dir für deine 25 Euro. Groß, Digga. Danke, danke, danke. Vici mit 3 Euro. Küsse dein Herz. Danke, danke, danke. Steffen, danke dir auch für deine 4,20 Euro. An diese 4,20 Euro halten wir uns, Chat, sage ich. Jeder mal 4,20 Euro rein. Einfach so. Ein Anonymer mit 2 Euro. Fabian mit 5 Euro. Kuss. Oh. Oh. Jetzt kommt die... Jetzt jeder mit 4,20 Euro. Guck, 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 guck. Jeder mit 4,20 Euro. Steini mit 15 Euro. Kapo mit 5 Euro. Jannis mit 9 Euro. Ich küsse dein Herz. Alex. Liebe, 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 liebe. Noch 30 Euro. Noch 30 Euro. Und wir haben jetzt mal 4,20 Euro. Da bin ich die Tor. An jenen, der 4,20 Euro raushaut. Ihr seid Kings, wirklich. Ihr seid Kings. Sebi mit 5 Euro. Ich liebe euch. Ich liebe dich, mein Bruder. Fajanis mit 9 Euro. Oh, das soll ein 10 sein. Hier sind die restlichen 9. Ich küsse dein Herz. Ich küsse dein Herz. Boah. Silvio mit 50 Euro. Wir sind bei mal 3, meine Lieben, Freunde. Jetzt tippen, jetzt tippen, jetzt tippen. 50 Euro, mein Bruder. Boah. Wollwiege. Ehm, Vogel, Vogel, liebe, danke dir auch für deine 25 Euro, mein Bruder. Eddie mit 4,20 Euro. Silvi mit 5 Euro. Kiwi mit 2 Euro. 15 Euro von Alftar auf Nobles. Danke dir. Menschen, die du, danke dir, die Menschen, die du hilfst. Ich danke dir für deine Donation. Weil du hilfst den Menschen. 50 Euro von Manuelsen, danke dir. Müller, Junge, da steht Müller, was von Manuelsen? Danke dir für deine 50 Euro, Eldos ist ein Lacher in der Mung mit 20 Euro, ich küsse dein Herz. Nochmal erwähnen, dass er ein Lacher ist, wichtig, nochmal 20 Euro, dann hast du bestätigt, dass er ein Lacher ist, nochmal 20 Euro rein. Febilex, danke dir auch für deinen Euro. Paul, mit 25 Euro, mein Bruder, 25 Euro, ey Jungs, alles mal 3, jetzt tippen JJ nochmal, danke, 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 chat nochmal rein, meine lieben Freunde. Alle wenigstens, damit sie den Status haben, dass sie einen Teil davon hatten, von diesem stehen 4,20 Euro rein, ich will mindestens 4,20 Euro von jedem sehen, sag ich. Sag ich, sag ich, Steini mit 4,20 Euro, Young Mais von 4,20 Euro, das ist der Grund, warum ihr Macher seid. 4,20 Euro noch on top, ich küsse dein Herz, alle mit 4,20 Euro rein, wir haben fast, ey Jungs, mal 4 bei 57.000, Jungs, los. Tippen, 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 Janik. Guck mal, guck mal, mit wie viele 4,20 Euro hier reingehen, weil sie Macher sind. Mega tolle Aktion, ich wünsche dir und deinem Team das Beste, noch 3 Stunden zusammen und danach habt ihr es verdient. Danke dir, danke dir, wir haben fast 57.000, meine lieben Freunde. Ein Anonymer mit 10 Euro, sehr schöne Aktion, vergiss bitte nicht die Erdbebenopfer, zu 100%. Chat, meine Familie ist selber davon beteiligt, ich küsse eure Herzen, danke dir für deine 10 Euro. Lukas, für deine 5 Euro, danke für die geilen 30 Tage, ich küsse dein Herz. Dennis! Mit 50 Euro, gute Aktion, ich küsse dein Herz. Ey Jungs, doch 200 Euro und wir sind bei mal 4. Ein Anonymer mit 25 Euro. 25 Euro, kriegen wir die 60k voll? Ja. Oh, ein Anonymer mit 6 Euro. Meine Stimme ist gleich weg. 69. Danke, 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 danke. Oh, oh, warte, warte. Oh, Korkenzieher mit 25 Euro, weil du der Beste bist, weil du der Beste bist, weil du der Beste bist. Ich küsse dein Herz, Bro. Ey Jungs, wir machen hier noch... Ich bin nicht so gut im Baten, Digga. Kannst du baiten? Also ich sag euch ehrlich, wäre ich ihr, würde ich einen 10er spenden, meinen Insta oder so, keine Ahnung, irgendwie so schummeln. Oder so sagen Bayern München oder so, irgendwas Dummes. Ich will nur machen Lärm, nein, man, ich kann nicht bei anderen so, keine Ahnung, wie ist komisch. Hat Rode schon gespännt? Ich glaube nicht, nee. Mir ist so warm. Snoop, doch! Yo, Bro, you did well feel invited to come to LA and we're gonna smoke together. Thank you, man. Really appreciated. I love you, Snoop. Bester Mann. Lebenslang grün-weiß. Was ist grün-weiß für ein Verein? Bremen. Ist das Bremen? Also! Ja. Hab ich ein bisschen Probleme, aber 5 Euro ist nett von dir. Kuss, auch ein Bremer. Mach ich doch, Pinguin. Äh, Kuss, Kuss, Dankeschön, Anonym. Ja. Ja. You, Klopp aus Mainz sogar. Kuss. Ich hab mir keinen Stuhl. Willst du hier sitzen? Ich wollte mit dir sitzen. So. Ja, dann komm. Äh, Minimaus, wenn du kannst, falls du ein Laptop oder so da hast, manchmal hängt das ein bisschen am Handy, glaube ich. War bei Alex auch gerade so. Äh. 60K-Sus-Stroming. 20 Euro von Daditas01. Danke, viel Erfolg. Ich danke dir, mein Bruder. Kuss, kuss, kuss. Wissen wir sehr zu schätzen. Äh, Konsti, Kuss auf Rolls, fetten Arsch. Würde ich auch gerne. Dankeschön für mehr Kumpel, mein bester. Kuss, kuss, kuss. Danke, danke. Nigeria, Trikot W. Ist das? Ja. Stream, äh.